Wer Geld verdient, muss auch Steuern zahlen. Das ist tatsächlich ein Spruch, den hat jeder von uns als Unternehmer, aber sogar schon als Angestellter gehört. Und man sieht ihn immer in Videos, man liest ihn und man hat ihn vielleicht auch schon mal vom Steuerberater oder von irgendeinem Finanzbeamten bei einer Betriebsprüfung gesagt bekommen. Eine Sache muss ich sagen, die regt mich daran immer auf und das stimmt tatsächlich nicht, wenn man die richtige Steuergestaltung macht, gerade beim Unternehmensverkauf oder der Nachfolge. Denn es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du dein Leben lang schon Steuern bezahlt hast und musst dann einfach beim Verkauf oder bei einer Nachfolge nochmal Steuern für etwas bezahlen, was du eigentlich schon gemacht hast. Denn viele Unternehmer unterschätzen das und deswegen möchte ich in dem heutigen Video tatsächlich darüber reden, wie du am besten erstens das Ganze regeln kannst, wenn du deine Nachfolge regelst oder deinen Verkauf machen willst. Und zweitens, wie du deinen Unternehmensverkauf erfolgreich gestalten kannst, ohne dass du massiv, doppelt und dreifach Steuern bezahlst. Ich habe es schon gesagt, jeder von uns als Unternehmer hat sein ganzes Leben lang Steuern bezahlt. Ob es die Mehrwertsteuer ist, ob es die Grundsteuer ist, wenn ich eine Immobilie habe als Unternehmer, ob es die Gewerbesteuer ist, ob es die Lohnsteuer ist, ob es die Mineralölsteuer ist, weil ich vielleicht Fahrzeuge habe, ob es die Steuer für irgendwelche Emissionswerte ist. Also in dem deutschen Staat fallen ja immer mehr Steuermodelle ein. Wenn ich jetzt Getränkeverkäufer bin, habe ich ja noch die Schaumbeinsteuer. Also mir fallen bestimmt noch 20 Steuerarten ein, ungelogen, die dich betreffen. Größter Faktor ist natürlich Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer oder dann halt die Einkommenssteuer statt die Körperschaftssteuer. Aber tatsächlich ist es so, du hast oft Gewinne, die sind schon dreifach versteuert und dann ist dein Unternehmen auch noch was wert und es wird dann auch nochmal besteuert. Das will keiner. Das will wirklich gar, gar, gar keiner. Und das ist auch einfach ein Weg, den man immer einschlagen sollte, den man immer vorher prüfen sollte, bevor man sein Unternehmen abgibt oder bevor man es verkauft. Denn oft ist es so, und das ist wirklich das Schlimmste überhaupt, was dir passieren kann, viele gehen an den Unternehmensverkauf und kriegen dann danach bei der Betriebsprüfung, die meistens nach dem Unternehmensverkauf kommt, die große Rechnung vom Finanzamt, weil sie einfach nicht bedacht haben, was müssen sie im Endeffekt an Steuern bezahlen, beziehungsweise wie verschieben sie auch Werte, wie machen sie vielleicht schon vorher Geschichten. Also ich habe es in einem anderen Video auch schon mal gesagt, man sollte vielleicht, wenn man Einzelunternehmer ist und sagt, okay, ich will eh eine Familienholding machen oder ich will danach weiter investieren, vielleicht baut man dann eine Holding drüber über sein Einzelunternehmen und macht aus dem Einzelunternehmen eine GmbH, dann muss man die sogenannte Siebenjahresfrist beachten, weil erst dann ist der Verkaufssteuer frei. Also das sollte man sehr, sehr früh tatsächlich mit der ganzen Geschichte anfangen oder man möchte in andere Wege gehen. Konkret geht es darum, dass wenn du dein Unternehmen in die Nachfolge schickst oder einen Verkauf machen möchtest, dass du es wirklich strukturieren solltest. Und da sind drei ganz, ganz wichtige Partner an deiner Seite wichtig. Punkt eins, der Steuerberater. Der Steuerberater kann dir erstens sagen beim Verkauf und bei der Nachfolge, wie viele Steuern du zahlen musst. Er kann bei Gestaltungsmodellen helfen, die vielleicht auch, und das ist Nummer zwei und drei, durch den Rechtsanwalt und den M&E-Berater vorgeschlagen werden. Vielleicht Modelle, die für dich auch noch gar nicht greifbar sind, weil, ich habe es gerade eben gesagt, eine Familienholding, was ist das? Kann ich das überhaupt machen? Darf ich das überhaupt machen? Natürlich, jetzt kommen wieder, ich weiß schon die Kommentare, ja, aber wenn man dann das in der Holding GmbH packt, dann ist ja unten drunter das ganze Thema wieder, wenn es an die Gesellschaft ausgeschüttet wird, dass dann 25 Prozent steueranfällig werden. Ja, das stimmt, aber wenn man den Gewinn aus dem Unternehmensverkauf hat und hat zum Beispiel Einzelunternehmen und zahlt, und ist noch nicht 55, und zahlt 47 Prozent Spitzensteuersatz drauf, dann zahle ich irgendwann mal 25 Prozent drauf, weil, wie gesagt, der Gewinn vom Verkauf ist komplett steuerfrei in der Holding dann drin, dann kann ich da natürlich gern 25 Prozent drauf zahlen. Und wenn ich einen langen Anlagehorizont habe zum Beispiel, wie jetzt, wenn ich sage, ich mache eine Familienholding, weil ich habe meine Schäfchen schon im Trockenen, ich habe schon vielleicht Eigentumsbundung und andere Sachen, dann kann ich das auch als Vehikel nehmen, um zu sagen, okay, ich lege jetzt zehn Jahre das Geld zum Beispiel an und schütte dann erst aus. Dann, über den Zinsesfinns, rentiert sich das Ganze schon, auch wenn man dann bei der Ausschüttung, klar, 25 Prozent Steuern für die Kapitalerträge als Gesellschafter zahlt. Dann gibt es aber natürlich auch noch die Möglichkeit, auch, und da muss ich sagen, haben wir auch schon ein, zwei Kunden tatsächlich vermittelt, da ging es dann auch ums Erbe am Ende, die Familienstiftung. Familienstiftungen gehen natürlich auch für das Thema, da haben wir auch die richtigen Kontakte, wir arbeiten da mit Stiftungsberatern auch tatsächlich zusammen, die wir euch wirklich kostenfrei auch weiterempfehlen, die euch zeigen können, wie ihr euer Vermögen erstens sichert, zweitens natürlich auch vor der Steuer bewahrt, und drittens, wenn es zu einem Erbfall kommt, hat man nämlich auch noch Möglichkeiten tatsächlich, das ganze Thema sogar steuerfrei zu überführen. Dann, und da möchte ich auch noch drauf eingehen, gibt es natürlich die Nachfolge, ganz klassisch. Da muss man darauf achten, dass man das Unternehmen übergibt, einen ordentlichen Preis natürlich macht, dass das Finanzamt nicht irgendwie ums Eck kommt, wegen einem Gestaltungsmissbrauch, weil ein externer Verkauf, da versuchst du immer den höchsten Preis rauszubekommen, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber bei der internen Nachfolge willst du natürlich, dass dein Sohn, deine Tochter oder vielleicht auch deine Neffe, Nichte, nicht so arg belastet werden. Da ist es dann so, kann man auch Faktoren nutzen, wie zum Beispiel, dass man es weiterführt, das Unternehmen. Das bedeutet, man verpflichtet sich unter der Einhaltung der Lohnsummen über einen Zeitraum, das Unternehmen weiterzuführen und ist dann von der Erbschaftssteuer oder auch von der Schenkungssteuer teilweise befreit. Das sind Kniffe, wie gesagt, die kann einen Steuerberater mit dir strukturieren, aber die solltest du einfach wissen und können, damit du dein Unternehmen nicht einfach für mehr Geld wieder verkaufst, wie es eigentlich notwendig ist. Natürlich, wenn du eine GmbH hast und dann ein Unternehmen verkaufst, dann hast du 25 Prozent der Steuern zu bezahlen, ist auch ganz nett natürlich, aber wenn dein Anlagehorizont noch da ist, dann kannst du das natürlich wieder, wie gesagt, strecken oder sogar anderweitig machen. Und vielleicht eine strukturelle Änderung, wenn du Einzelunternehmer oder ein Kaufmann bist, kann sich, oder eine GbR, wenn ihr zu zweit seid, kann sich wirklich positiv auf den Unternehmensverkauf oder die Nachfolge auswirken. Denn auch für deine Kinder ist es einfacher, vielleicht in eine GmbH einzutreten oder über die Familienstiftung zum Aufsichtsrat zum Beispiel gemacht zu werden von dem Unternehmen. Das ist alles viel, viel, viel einfacher, wie wenn du wirklich klassische Rechtsfolgen hast, weil ein Einzelunternehmen zum Beispiel ist ja an die Person, also an mich, die Person, wenn ich es dann bin, gekoppelt. Das bedeutet, es braucht vielleicht sogar eine neue Gewerbeanmeldung, vielleicht eine neue Eintragung in irgendeine Rolle, vielleicht gibt es auch neue Genehmigungen und so kannst du den Bestandsschutz schützen, indem du als Eigentümer schon umwandelst und dann die Kinder nur als Gesellschafter in die GmbH zum Beispiel eintreten. Deshalb ist es einfach ganz wichtig, sich immer vor Augen zu führen, dass man nicht zu viel Steuern zahlt, weil, was immer ganz interessant ist, wo der größte Aha-Effekt bei unseren Kunden kommt, ist, wenn der Steuerberater nach dem Verkauf fragt, sagt, machen Sie mal, lassen Sie sich mal bitte ein Jahressteuerkontoauszüge seit Beginn Ihrer Tätigkeit schicken. Das ist einmal zur Überprüfung natürlich, dass nicht irgendwelche Sachen noch offen sind und zweitens ist es hochinteressant, wie viele Millionen Steuern man manchmal über 10, 20 oder sogar 30 Jahre bezahlt hat. Und deshalb, wenn du das wissen möchtest, wenn du wissen willst, wie du vielleicht mit Steuerberater auf Augenhöhe reden kannst, wenn du wissen willst, wie du deinen Rechtsanwalt dazu briefst, dass der dir das geilste Konzept überhaupt baut, dann trag dich hier ein unter www.otterconsult.de und wir beide reden ganz diskret und vor allem kostenfrei über deine Möglichkeiten, die du hast, deinen Unternehmensverkauf oder deine Unternehmensnachfolge erfolgreich zu gestalten und vor allem auch erfolgreich zu sein. Und wenn du jetzt ein Video sehen möchtest, woher du weißt, wie Unternehmensverkauf auch zum Beispiel geht, dann habe ich hier eins aus unserer Mediathek und hier das von letzter Woche, da kommentieren wir alles, was so wichtig ist.